Der optimale Messort wird vor der Platzierung am Patienten gewählt. Der Temperatursensor kann axilar, ösophageal oder rektal platziert werden. Beim rektalen oder ösophagealen Einsatz bringen Sie vor der Platzierung die FlexTEMP-Systemsensorhülle an. Beim axillaren Einsatz platzieren Sie den Temperatursensor in der Achselhülle. Klebeband ist nicht erforderlich. Der Sensor befindet sich am Ende des Kabels. Hinweis! Der Temperatursensor ist ein Glasfasersensor und besonders empfindlich. Wird er gerade nicht verwendet, legen Sie ihn zurück in den Karton.